Herzlich willkommen in der Praxisgemeinschaft Dr. Rolf Blase und Dr. Volker Pfaff. Ein qualifiziertes Team mit viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen für Sie und Ihre Bedürfnisse erwartet Sie in unserer Praxis. Die Zahngesunderhaltung Ihrer Zähne durch unter anderem konservierende, prothetische oder chirurgische Maßnahmen steht für uns an erster Stelle. Wir beraten Sie gern und informieren Sie über unsere Leistungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Ihrer Praxisgemeinschaft Dr. Rolf Blase und Dr. Volker Pfaff.